Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video zeigen wir, wie Sie durch die Filtereinstellungen vom Artikel-Export-Filter effizienter exportieren. In diesem Video versuchen wir Ihnen einen Überblick über diesen vielseitigen Filter zu geben. In unserem Beispiel gehen wir exemplarisch auf den Artikel-Export-Filter aus dem Bereich von Artikel-Artikel-Daten ein. Nach dem Öffnen von JTL Ameise klicken wir auf die Schaltfläche Export Artikel-Artikel-Daten Filterkonfiguration. In dem Fenster Artikel-Export-Filter können wir jetzt unseren Export spezifizieren. Der Bereich Sonstige Filter teilt sich in die Bereiche Filteranwenden, Filter und Operationen auf. Unter Filteranwenden können wir den Filter durch Anwenden aktivieren oder durch Nichtanwenden ausgeschaltet lassen. Im Bereich Filter finden wir die unterschiedlichen Filter und durch den Bereich Operationen haben wir Auswertungsmöglichkeiten, die wir auf den Filter anwenden können. Der Filter Artikel mit Bilder oder Artikel ohne Bilder hilft uns, wenn wir unsere Bilder nachpflegen möchten oder Sie filtern Ihre Datenbank unter in den letzten Tagen reservierte oder verkaufte Menge nach Artikeln, die in den letzten Tagen besonders gut oder schlecht verkauft wurden. Diesen Filter können wir jetzt auswerten. Hierfür stellen wir den Filter in den letzten Tagen reservierte, verkaufte Menge so ein, dass er in die reservierten oder verkauften Artikel exportiert, die in den letzten sieben Tagen mehr als 20 Mal verkauft wurden. Die Operation bietet uns die Möglichkeit durch einen Doppelklick zwischen Größer als, Kleiner als und Gleich auszuwählen. Wichtig ist es, diesen Filter zu aktivieren. Hierfür müssen wir per Doppelklick die Auswahlmöglichkeit in der Spalte Filteranwenden aufrufen und die Auswahl von Nichtanwenden auf Anwenden umstellen. Anschließend klicken wir auf eine beliebige Stelle, damit die Auswahl in Kraft tritt. Sollten Sie mit Ebay-Artikeln handeln, wären die Ebay-Filter für Sie interessant. Hier können wir beispielsweise die Anzahl laufender Artikel bei Ebay exportieren lassen, deren Menge kleiner ist als der Wert Y. Jetzt schauen wir uns kurz den Bereich Kategoriefilter an. Nach der Auswahl nur Artikel folgender Kategorien berücksichtigen, können wir nun nach bestimmten Kategorien filtern. So können wir beispielsweise beim folgenden Export die Artikeldaten nur aus der Kategorie Mannschaftssport ausgeben lassen. Wenn wir den Haken Unterkategorien mit einbeziehen ausgewählt haben, können wir ausschließlich die Oberkategorien markieren. Die Unterkategorien Bekleidung und Zubehör werden automatisch mit einbezogen. Wenn wir die Unterkategorien zusätzlich oder separat mit einbeziehen möchten, müssen wir den Haken bei Unterkategorien mit einbeziehen weglassen. Die Filter sind untereinander verknüpft. Somit wird die Auswahl des Bereichs Kategoriefilter zur Auswahl des Bereichs sonstige Filter hinzuaddiert, sobald wir eine Änderung im Artikelexportfilter vornehmen. Somit würde uns JTL Ameise die Artikel exportieren, die sich in den letzten sieben Tagen der Kategorie Bekleidung und Mannschaftssport mehr als 20 Mal verkauft haben. Im Bereich Lieferanten können wir uns alle Artikel eines bestimmten Lieferanten ausgeben lassen. Im Bereich Shopfilter alle Artikel, die wir über einen bestimmten angeschlossenen Online-Shop verkaufen. Im Bereich Merkmalfilter können wir nach Artikel filtern, die ein bestimmtes Merkmal wie Merkmale oder Merkmalwertnahme haben. Im Bereich Attributfilter können wir nach Textattributen bzw. Funktionsattributen filtern. Eigene Felder sowie Merkmale und Attribute sind Felder, die wir beim Anlegen für einen Artikel definieren können. Nach diesen Definitionen können wir an dieser Stelle auch filtern. Mehr Informationen zu diesen Funktionen finden Sie über einen Link zum JTL Guide unten in der Videobeschreibung. Im Bereich Filterregeln können wir direkt nach einzelnen Werten suchen. Dafür klicken wir auf die Schaltfläche Regel hinzufügen und wählen im Datenbankfeld beispielsweise die Artikelnummer aus. Jetzt können wir nach Artikelnummern filtern, die zum Beispiel mit einer bestimmten Nummer beginnen. Oder wir wählen Artikelnamen, die den Buchstaben A enthalten. Über die Schaltfläche Filter testen können Sie sich nun einen Wert mit der jeweiligen Filtereinstellung zeigen lassen. In unserem Fall werden 130 Artikel gefunden, die den Buchstaben A enthalten. Da die Filter untereinander verknüpft sind, gibt uns der Filtertest einen anderen Wert, wenn wir zum Beispiel die Einstellung im Bereich Kategoriefilter ändern. Nach dem Klick auf die Schaltfläche Filter anwenden, gelangen wir in das Exportfenster der JTL Ameise. Um dafür zu sorgen, dass das Feldartikelname nach dem Export überhaupt angezeigt wird, setzen wir das Feld auch auf unsere Feldexportliste. Hierfür müssen wir lediglich das Feld mit dem Artikelnamen finden, um es via Doppelklick auf unsere Feldexportliste zu übertragen. Wir führen einen Export aus und speichern die Datei auf dem Desktop. Die Datei hat 131 Zeilen, also 130 Datensätze und eine Kopfzeile und steht uns jetzt für die Bearbeitung mit einem anderen Programm zur Verfügung. Dies war das Tutorial zum Thema JTL Ameise Export mit Filtereinstellungen. Ich bedanke mich vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.